Hallo, ich bin Frau Werding, die persönliche Assistenz von David. Mein Arbeitgeber ist der Martins Club Bremen. Ich bin dort seit 15 Jahren beschäftigt und arbeite seit 7 Jahren mit David. Ich bin Erzieherin von Beruf. Ich bin in der 9. Klasse des Gymnasiums Links der Weser. Frau Werding begleitet mich jeden Tag in der Schule. Ich helfe ihm beim Strukturieren seiner Aufgaben und Materialien. Ich unterstütze und motiviere ihn. Bei Bedarf schreibe ich auch große Tafelbilder für ihn ab. Beim Sportunterricht hilft mir Frau Werding beim Umziehen. Ich begleite ihn bei Ausflügen. Wenn ich auf Klassenfahrten fahre, kommt Frau Werding mit. Mir macht die Arbeit sehr viel Spaß. Es wird nie langweilig, es ist immer was los. Und es macht Spaß mitzuerleben, wie sich die Jugendlichen entwickeln, wie sie lernen und wie sie miteinander umgehen. Mümmern 1987 Mümmern Mimon Mümmern Mümmern Untertitelung des ZDF für funk, 2017